Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Pro Tag Aber sie haben doch Jesus ans Kreuz geschlagen, so steht es in der Bibel Die heilige Maria und die Apostel, das waren alles Juden, genau wie Jesus Jesus? Was ist mit dem Ghetto passiert? Das Ghetto ist leer Ich habe nicht versprochen, alle Juden zu retten Es ist gefährlich mit so vielen Leuten Und wie viele von uns sind es wert, gerettet zu werden? Sagen wir zehn Wer hat sie denn zum Gott gemacht? Gibt es da Juden in der Kanalisation? Nur Leichen, die haben die Rohre verstopft Du würdest es sagen, wenn sich da welche verstecken Na klar doch Ich kann nicht weitermachen Du wirst weitermachen Wenn du nicht lebst, nehme ich auch nicht mehr Wenn du nicht lebst, nehme ich auch nicht mehr Amami, oh harmonia